Was geht's ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ihr hört es, dass es mir schlecht geht, deswegen kein Roblox, sondern Cartoon Cat. Trailer, Fallout, Spoiler, keine Ahnung, guckt mich nicht. Du magst Cartoon? Oh echt? Nein. Ich weiß, wie es alles wird enden. Es ist nur ein Rerun. Ein Rerun eines meiner Lieblingsfamiliensten. Es ist ein Spiel von Kat und Maus. Du bist die Maus. Und du bist die Maus. Und du bist die Maus. Und schreien. Und ich schreien immer. Du bist die Maus. Du bist die Maus. Das ist alles, Leute. Das war meiner Meinung nach kein Trailer. Das war ein animiertes Video. Ich suche mein Siren Head Video raus. Bis gleich. Bevor dieser Trailer anfängt. Ich habe diesen Trailer noch nicht gesehen. Und ja, ich bin erkältet. Ich habe aber kein Corona. Es ist dann schon in der Schulwagen gefahren. Deswegen legen wir los. Okay, das ist Part 1. Und die sind zwei da. Das sind die Maus. Das sind die Maus. Das sind die Maus. Das sind die Maus. Wer möchte, kann auch mal meine Playlist von Siren Head. Meine Siren Head Videos. Also die habe ich nicht selber gemacht. Nur aus der Werbung. Und ja, der Intro. Den habe ich selbst gemacht nach Anfang. Also ich kenne diesen Trailer hier schon. Teil 2 noch nicht. Wir haben noch ein, der 19 Minuten geht. ein paar Luten. Ja, der Schuss. Die Maus. Ja. Das sind die Maus. Ja, der Schuss. Nein! Nein! ... ... Like and Subscribe. Gönn dir Nein so schlecht animiert und dann nur noch die Töne Nein. Oh nein, ich ahne schon. Ah, nicht doch nicht. Schade. Wir schauen so ran. Ich hab tatsächlich eingefunden. Los geht's. So. Ähm. Bitte, was? Minecraft? Nein. Ich versuchze. Jetzt mal eine, Hitze, Expand. Ja. Ich muss auch kurz gucken. Ja, ich muss auch das. Ja. 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 Musik Das war's von mir Leute, wir sehen uns, bis zunächst mal und tschüss.